Musik Ich sehe keinen wirklichen Beweis dafür, dass es einen Gott geben sollte. Und da ich Wissenschaftlerin bin, braucht man dafür Beweise. Und deswegen wurde ich noch nicht überzeugt bisher. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da irgendeiner ist, der das alles lenkt. Der da oben über uns wacht. Ich denke einfach, man muss selber gucken, dass man vernünftig lebt. Vielleicht lebt man dann auch christlich, aber für mich gibt es definitiv keinen Gott. Familienumfeld, Glaube, Verbundenheit. Ich habe einiges in der Welt gesehen an Kirchen und gemerkt, naja, wenn die alle recht haben, was ist da richtig, kann nicht sein. Weil meine Familie ist da und ich habe so geboren. Musik Manche glauben an ihren Fußballverein oder an ihre Hausbank, wo sie jeden Tag Geld abheben können. An irgendwas wusste Menschen glauben. Jeder hat seine Religion. Jeder glaubt was. Jeder kann in einen Gott glauben oder nicht. Das ist seine Wahl. Ich vermute mal, dass niemand von sich behaupten kann, wirklich atheistisch zu sein. Weil ich vermute, dass jeder in unterschiedlichen Situationen auch zu seinem Gott in Anführungszeichen findet. Oder auch während seines Lebens irgendwelche Bezüge hat, die man damit vergleichen kann. Ich stehe eigentlich dazu, dass jeder möge so leben, wie er es gerne für richtig hält. Und das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Er muss selber sagen können, das ist für mich richtig und das ist nicht richtig. Katholiken an erster Stelle, Protestanten, Islam ist auch hier. Juden sind auch wohl da und Buddhisten wohl weniger. Katholiken überwiegend, ja, ein Teil Buddhisten, ich denke nur an Gremndorf, ja, jüdische Gemeinde ist da, Moslems, eigentlich alles vertreten. Oh, wir sind, glaube ich, ziemlich breit ausgerichtet mittlerweile durch die Globalisierung, durch die vielen Menschen, die wir hier haben, viele Studenten, bringen viele Kulturen mit und auch deren Glauben. Vielen Dank.